Hallo meine Lieben, also ich brauche jetzt keine Unterstützung mehr und einige haben ja Bilder gekauft oder Kaffee schon bezahlt und das lösen sie dann ein, wenn sie endlich hier sind, weil damit habe ich jetzt die Miete und so weiter erledigt und Mitte, Ende Juni kann ich ja wieder aufmachen, also hat sich das erledigt. Ich wollte aber nochmal an die paar Leute, die das gemacht haben, tausend Dank sagen und jeder, der ein Bild gekauft hat, kriegt zwei. Jeder, der Cappuccino oder was auch immer im Voraus bezahlt hat, bekommt das Doppelte. Ja, warum? Weil es war kurz mal alles knapp, weil ja das schon seit sechs Wochen zu ist, mein schönes, wunderschönes Kaffee, mein wunderschönes Kaffee und ihr habt mich, also die paar Leute haben mich nicht im Stich gelassen und auch wenn es nur 10 Euro waren, ja, vielen Dank, also als Dankeschön von meiner Seite aus, verdoppel ich das Ganze, okay? Und toll, dass ihr es gemacht habt, ich kenne hier Leute, die haben mehr als genug und fragen nicht mal, ob sie ein Bild vielleicht holen könnten, aber egal, das muss ja nicht jeder machen, aber an die, die es gemacht haben, wie gesagt, doppelte Bilder und doppeltes Kaffee, okay? Und Cappuccino und ich hau noch einen Eisbecher mit drauf. Alles Dankeschön, ihr seid liebe Leute und unterstützt halt Leute bei solchen Sachen. Also, das braucht ihr nicht mehr machen, weil ja Ende Juni alles wieder normal wird, soviel ich mitbekommen habe. Aber nochmal, vielen, vielen Dank, schön, dass es euch gibt und ich werde mich fett revanchieren und bedanken. Und geil, oder? Schau, jetzt kriegt ihr es doppelt, obwohl ihr es nicht wusstet. Das ist der Dank meinerseits. Tschüssi.